ja ach das bist du alter ich hab grad ne nachricht alter melden erschreckt mich nicht so auch ich hätte fast verlassen alter machst du begrüßt ja du bist doch nicht mal in deinem Hof guck mal ich kann fliegen wow wow kann ich auch guck so hast du deinen Leuchten auch nee mach du erst mal anmoderation meine Leute ich bin wieder mit meinem Atalgemer hier ja drei Leute ich habe nur auf Pause gedrückt um wir machen heute ein Live-Projekt also in so einer Zeit sagen wir ein Monat so er am meisten Geld hat der hat gewonnen man bekommt halt nix ein Fall Spaß mit mit jungen wenn ihr wollt könnt ihr auch mitmachen schreibt es bei ihm ohne Komma also im Live-Shot oder Kommentare ich starte jetzt auch nicht mehr ein Live-Spielen und dann können das bei mir auch einschreiben oder so wenn ihr wollt ich bin ich bin die Boxen dann die tolle Klopfen ich hab die Box verbunden wenn ich jetzt jetzt ist sie verbunden das ist jetzt überstehende von über 10 von jetzt ist die Box wieder jetzt ist ich könnte so eine Tonne Klopfen ich muss gucken ob man gerade angeschlossen ist ist so jetzt muss ich nur schnell schreiben was soll ich noch zu schreiben Live-Projekt können wir nicht mehr schreiben habe ich ja schon eins ein 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 zwei drei zwei ja ja es steht da jetzt da P4 strich die Eier Latt also in Klammern LX 19 also in Landwirtschaftsverlager zu den 19 zum Menschen 1 2 3 2 ist ja ich weiß dass du Dominik bist wirst du in der Party reinkommen Dominik ach nee aber du kannst halt nicht mitmachen du kannst nur schauen doch er kann eigentlich mitmachen dann muss er die kleine Fahrzeuge haben ja ich hab doch gerade gesagt ich hab's nicht drin ok also kann ich das vergessen das nee sorry geh essen nee kein Problem was denn äh geht essen will er danach mitmachen will sie danach mitmachen will sie danach mitmachen egal ist es schwer was weiß ich wie ich es nennen soll ich weiß ja wie ich es nennen soll ich weiß ja wie ich es nennen soll die Shop alles 19 live ja live projekt habe ich auch schon zwei eigentlich scheißegal alter ja live ja 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 ich schreib immer was hin ähm ja gucke wie spät es wird wie spät es ist wir gehen essen mit meinem Opa und so ah ja und du hast gesagt dass tun dass ich ein gutes Leben haben die 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 er nicht erst dann ja denn es ist hallo freunde kommen im letzten Leitprojekt 2.0 der schon lebt wir kam das Projekt geht so es sind zwei Teams es ist er das sind seit zwei Bauer einmal FarmMT und mir also Kargamer Melvin nimmt auch auf der Kanal ist in der Videobeschreibung muss ich noch rein machen ja das Projekt geht so wir haben zwei Höfe wir sind einfach nur normale Bauer wir können uns untereinander helfen ja und der letzte wir machen so nach einem Monat oder einen halben Monat entscheiden wir uns noch wer das meiste Geld hat wer das meiste Geld hat hat gewonnen ja wir machen zwar nur weil wir eine Weile haben ja so ich habe mich nicht gib mir dann direkt mal mal so mal gucken ob das tun so geht ja 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 ab jetzt ja ab jetzt ab dem nicht so viel zu zwischen ok das ist ja es wird zu sporen wenn er mit Schwerer schreibt es einfach eine Kommentare ein wenn ihr wollt wenn ich heute nicht so die Schatten und der Gäste nicht mehr in die Schuhe und dann ist es auch der Ziele wie kann man die Wäsche in ihr Bestellungen Guck dir. Die Kabel ist gerade weg. Das ist nicht weg. Aber ich will nicht. Das ist nur weg. Das ist nicht weg. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. da das kaufst du mal, dann kaufst du den Hof ja, ich spiel mir das Logitech Lenker ich hab den Jager so sehr sehr gekauft, dass ich den schon mal hab kann ich nur, was dir gekauft, wenn ich noch vorhin hab? auf 2 wie immer nicht wie immer, sonst hab ich immer auf 512 schade, 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 den wollte ich mir auch kaufen ja, ein bisschen spät, ne? ich kauf mir jetzt nicht um, die in deinem Schneidwerk fahren also noch, ne? bleibt wahrscheinlich nicht in diesem 8W wäre der Molten, wenn wir du kannst ja noch, noch den Leitfreit von, äh, die anderen kommen du weißt schon, du dürfst so nicht fahren melden ja, überhaupt ein bisschen der Polizei ne, ein bisschen, äh, ein bisschen ordentlich anmelden, ne? äh, das ist mein Niederwunsch ja, guck mal, ich kauf mir genau das gleiche, was du hast aber, um Niederwunsch aber, um Niederwunsch haltwunsch haltwunsch aber, guck mal, ich brauch keinen ranhängen, weil ich gleich an die Feldseite muss also, hoch 1 ne, Feldseite Feld, äh, 15 kann ich mir noch kaufen auch genau aha du das ja jetzt du 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 oh Oh! Ich habe nur einen Trecker, Serbmaschine, Fluch und Penner. Ach, wird die Felder zusammenflügen? Ja. So ein Projekt macht mir auch Spaß. Jo, ich habe jetzt den ersten Like schon. Dominik hat es halt keinen Like da gelassen. Bei dem wird mal ein Anschiff gemacht, dass er nächstes Mal liken soll. Oh, siehst du, ich soll gesagt, ich habe schon Like da. Hey, bei mir waren es gerade zwei Likes. Du hast es selbst noch geliked. Nein! Warum soll ich mein eigenes Video liken? Das machen wir nicht. Ja, mache ich aber nicht. Aber guck mal, ich könnte jetzt eine Donation kriegen, das wird mir angezeigt. Über Tipp SP habe ich mir extra angemeldet. Ja, und wie bekommst du die Donations auf was? Äh, auf Laptop. Ja und, äh, aber wo hast du das Geld dann? Ich habe ein Bankkonto. Ah. Ja. Das war's ja mal wieder komplett. Na, was meinst du damit jetzt, Melvin? Meinst du das? Was? Meinst du das jetzt, wo es das Geld hingeht? Ja, das meine ich. Auf mein Bankkonto. Ich habe auch, ne, aber die Karten müssen noch, äh, ankommen. Irgendwie ist mir jetzt den Karten abgehackt, Alter. Das kann mich nicht nicht scheinen, na, falsch, na, na, na. Die Grafik ist mir eigentlich scheißegal, Alter. Lägt der Stream bei dir auch die ganze Zeit? Nö. Liegt doch da im Internet. Aber übern Handy ist es ja noch nicht mal. Ich hoffe, für das Geld, was ich hier noch hab, kann ich Freiträder kaufen. Da muss ich halt was... Anliegen. Und das wäre jetzt auch kein Problem, aber wir sind die Idee. Ich weiß nicht, ob ich es so mache, wie ich es jetzt mache. Ob ich den Leidenschaft der PS4 mache? Eine Entscheidung. Überdings hackt er irgendwo. Ey, über Handy kann ich es noch nicht machen, weil ich ja Spotify darüber höre. Sonst musst du deinen Ton wieder leise machen. Doch, du kannst ja dein Video pausieren, dann... Ja, dann wird der Live-Stand nicht aktualisiert immer. Nein. Bei mir schon. Also schon mal operiert. Ja, er fängt gleich mit Josten an, alles klar. Nein. Die Sonne, die Sonne. ich muss mir noch der zwischen WL-Box und PS4 ist denn zwischen WL-Box und PS4 das Internet ich hab deinen Namen über was machst du den live-schöpfigen ich schieb mal die Leute über weiter hast du es angehalten oder ne ne finde ich auch cool das war's ich bin jetzt egal wenn die Zeit bei ihm ja ja ah und wie viel ist das das Game auf einen Besold der erste Kampf also der ah der bei mir ne ich schicke nur Spaß ich hab das Spiel von Anfang an ich feier also fangen im Spiel im Spiel weil ich in WL-Box sogar auf dem Bahnhof auszupfen bin Bauernhof nicht Bahnhof aus Bahnhof Bauernhof wenn du mit 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 mach leiser nein guck mal hör mal an du hast Bahnhof gesagt Bauernhof ich hab Bauernhof gesagt Mann was ich ja ja jeder kann seinen eigenen Bauernhof hier erstellen wir machen halt so ein Projekt das haben andere YouTuber auch schon gemacht ähm da wenn man ähm 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 da wenn man halt wir sagen wir machen das jetzt einen Monat und wer am meisten Geld hat gewonnen ähm hat gewonnen 2,5 Monate 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3,4 1,5 8,5 4,5 2,5 1,5 2,5 1,5 5,5 4,5 Wenn du mir PS4 hast, dann musst du deinen Personennamen in den Chat schreiben oder was. Nee, auswarte. Und dann muss ich... Nee, auswarte ist die PS4. Hat er dir äh geschickt einfach an? Äh. So, der rüber. Echt? Oh, wie scharf der ist? 26. Was, was meinst du mit PS4? Pff! Er hat geschrieben, ja, der rüber. Guck. Ich hab PS350. Ach, er meint bestimmt, er guckt über die PS4. Ah, okay. Ich hab ne Freundesausfrage von ihm bekommen. Mach mal Party auf, ähm, öffentlich. Kann an, wo es sei damit meint. Ähm. Ah, da. Bestätigen. Ja, okay. Hast du? Ja, hab ich. Ich hab' 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 ich. Du hast wieder neue Freunde. Ein. Von ein. Von ein. Von ein. Wer bin ich fest, wie schnell ich deinen Account sperren kann. Hallo? Hallo, Abend. Abend. Müsst das AKG mal noch mehr wahr sein. Ja. Oder kann ich so ich einstellen? Das kannst du nur reinschalten. Also, du hast das dem Herbst heute. Ja. Und hast du Mots schon runtergeladen? Ja, klar. Ja, du musst dann halt schon, wer, ähm, das. Kann so beitreten. Ich kann in einer Einladung noch senden. Was hast du mit PS 46 gemeint? Das war ein klanger Joke. Ah, okay. Ich dachte schon. Ich wollte keinen Spieler einladen. Aber ich hab' dann einfach mal irgendeine Zeit gemacht. Ich bin zu blöd, Spieler einzuladen, Melvin. Kannst du das? Nee, das ist dein Server. Das ist dein Server, Mann. Ich drück R3, ich kann trotzdem keine Spieler einladen. Ähm, sonst Problem... Er kann uns auch beitreten über Party. Ich gucke, ob ich ihm so beitreten kann. Wie man dachte ich mir. Guck über Party. Richtig. Ich guck mal, ob das Ursprung überhaupt kommt. Alter, Melvin, du musst mal gucken, wie ich hier fahre. Ja, ich hab' die Zeit eigentlich runtergemacht. Das ist auch nicht schlimm. Wir hatten eigentlich für heute ein anderes Projekt geplant, aber es sind ein paar Leute, die haben fast keine Mods. Sure. So. Und die meckern dann herum, dass sie die alle Mods herunterladen müssen, aber ohne Mods macht das Spiel halt kein Spaß hin. So, Spotify wird jetzt auf Laptop runterladen. Ah, du bist jetzt nicht alle nötige DLCs. IPRT, Jump Scan, Liga, Platzierbar, Rabeup, das ist ja nicht viel. Das ist ja nicht viel, das geht ja schnell. Wir haben heute schon richtig viele Mods installiert, die wir so nicht brauchen. Ja. Also. Und unten unnötig finden. Ja, unnötig. Ne, wenn ich hab' mal um Feuerwehr. Ich nicht. Gar keine Worte. Feuerwehr, Feindlamser, kann man wieder bei uns haben. Du schluss. Du schluss. Du schluss. Was für Hosen habt ihr, wenn ich noch fragen darf. Die blaue. Ja, da haben wir auch Latz oder Erdgürtelhosen. Also unsere Feuerwehr hat hier Latzhosen. Ja, ich mein' bei der Jugend, bei uns haben die Großen auch Latzhosen. Wir haben Latzhosen, ja. Ja, wir nicht mehr. Latz und das andere. Weil, wenn wir mehr dreckig werden, dann mal von der Übung nicht. Ich hab's nur einfach gemacht. Ich hab' nur einfach mal mit, äh, Speedner-Handy-Töter-Füllung gemacht. Hey, weiss. Ja. Der Hänger wird nicht langsächt jetzt schon. Das ist ja... Mein Akku-Handy hat nur noch 15% Alter als Maul mitten im Stream. Ja, hast du kein Dallgerät? Ne, das ist es ja. Habe ich schon, aber es behindert jetzt. Vielleicht lebt es mir. Die Flüten... ...nächste Woche Freitag... ... bin ich schlicht an... ...drei Wochen... Geil, ne? Ist eigentlich gerade nicht geil. Wieso? Das ist nicht geil, weil dann nicht. Strand. Da brauche ich auch nicht an deinen Kopf. Ja, das ist nicht geil. Wieso, Melvin? Den hast du mir erst recht gut entspielen. Ey, Melvin, ich hab gesagt, benenn deine Farben und dir halt immer noch meine Farben. Ach, Melvin. Wof. 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 Wof, Wof. 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 Wof, Wof. um so heißt er die Beifall im Vorfeld bei Marker Zeit ist immer die Frage ist am liebsten ich kann immer nachher Fotos so heißt sie auf Fortnite ja komm so guck bei deinem Hof ich ja sie heißt wirklich so in Fortnite ich bitte so er ist luxemburgisch ich ich wollte ich die Nummer sagen Damals nur den Liebjahr. So, Nummer 2. So, Nummer 3. 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 die Titel es gibt ich kann aber mehr wenn die Erachter kauft sich auf zwei Alte das ist wie sie so Wieso? Silo greifst du auch, wenn mir Anhänger angezeigt Okay Achso, ich wollte nur mal eins sagen, mein Kanal steht im Partychat Hä? Och, ich bin so ein Dulli, Alter Da kam grad nix und... Ja, kommen wir auf zurück mal, Alter Ich wollte dir sagen, mein YouTube-Kanal steht auch in dem Videobesch... also im Partychat Kann ich dann auch sehen, wenn wir freundlich sind Ja, oder so Ja, jetzt steht ja gleich, ja, da ist ja der Dach ist mir egal So Musst du ein schöner Party, dass ich aufnehme Ja, hab ich auch schon gesehen Digga... die Kombi passt gar nicht, was ich hier gemacht hab, Alter Ich schließe dein Ladegerät an, Alter, ist angeschlossen, Idiot Ah... man sollte auch alle... alle mods annen Ah... man sollte auch alle... alle mods annen und erhält er jetzt darf ich mal was sagen er wenn du bei magst es kann zu erlte erhält er hat einen Mann drücken an der Allemann das habe ich auch für die sich ach es ist ja nicht schlafen dass es stehen das Spiel ist heute ja okay dann ist es nicht schlimm weil wir haben ein Tränen der wusste es auch nicht in der Tischte schon seit drei Wochen Oh Gott also vorhin hatten wir ihn drinnen haben wir uns auch so gedacht er ist ja ich habe das Prozent durch meine beste Freundin gekriegt heute ja so ein bisschen geil denn wenn du noch mit Lenkrad und er ist allerdings spielt Seitenkontrolle ich spiele alles was gut ist 13 Jahre mit Lenkrad und Seitenkontrolle das kann ich mir nicht leisten um die sich arbeiten ich habe aber auch nur durch mein Arbeitsgeld verdient verdient oder so Lenkrad hat 210 gekostet Seitenkontrolle hat 98 Koste aber das habe ich mit meiner besten Freundin ein Deal gemacht also ich muss jetzt ich muss jetzt da für sie für sie jetzt nächsten Monat Redemption 2 holen okay das ist auch ein geiles Spiel keine Ahnung ich habe den ersten Teil gespielt ich konnte damit nicht klar kann ich bin damit nicht klar gekommen und sie ist hat Kontrolle in der Hand genommen und sie kam da gab es aber nur einen Teil ja den allerersten es gibt gar kein Spendentale ist mir aufgefallen doch von Red Dead Redemption gibt es einen zweiten Teil es gibt Redemption 2 im Jahr nicht eigentlich meinst du Singleplayer und Multiplayer ja 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 fortgesprochen ja in der Spielhaus hat er 80 Euro wenn gesteckt weil ich mir gleich ein Pferd dazu gekauft habe alter da ist er wie wieder da und alles klar jetzt sehr schön wer dann kommt man bitte nicht zu feld fünf denn sie ist nicht was ich immer für die Brombe tun hat ich hatte die Kräfte von Schnellersachsen in der Kommission natürlich ich habe eine Frage ja wie viele Mords habt ihr äh es geht eigentlich jetzt so du wie immer drunter geschmissen hat geht es jetzt eigentlich weil ich habe gerade vier vier Stunden installiert am Wasser ja du kannst ja jetzt gehen wir beim multiplayer du siehst ja jetzt auch mein spiel und dann kannst du ja dann ist es ein bug und dann kannst du ja da steht dann mods anzeigen alle mods anzeigen jetzt drückst du einfach mal da die taste weil dann werden ja auch die mods angezeigt die wir haben und da steht dann jetzt dann kannst du jetzt auf vier eck drücken und dann würden wir die dcs und mods angezeigt wie wir alle haben und da sind ja weiter über 100 stück es steht sogar da wie viele Muts das sind glaube ich nein doch mehr wenn sehr leise bei mir ist die ganze Liste rot dass hier irgendwas ist jetzt auch ein paar stück aber ich zähl mal 1 2 3 4 also jetzt bin ich schon bei 40 also jetzt bin ich schon bei 40 ja 4 4 kommen ein wenig steht schon wieder eigentlich würde ich gar nicht bremsen muss alter schläft das Bein halte mein bauch ich habe die Foto geschickt ja nicht mehr dann dazu würde ich jetzt nicht mehr wenn die Foto an ist gut dass denn du mit Sachs dazu nicht mehr nicht mehr das ist für ihr er ist ihr Profil von WhatsApp guckst es dir an mhm 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 die das das macht mhm zivilisten w schrift w mhm wer n im das das Ich habe weit mehr als 300 Mods aktiviert. Was? Ihr habt mehr als 300 Mods aktiviert. Jawohl. So, ich muss mal auf 2. 300 Mods. Über 300 sogar. 382 Mods habt ihr. Oh, steht es doch da? Nein, ich habe sie alle durchgezählt. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich habe sie wirklich alle durchgezählt. Aha. Ja. Ja, das könnte ein... Shadows... Shadows... Wenn man das nicht direkt so unterladen kann. Mein Dröscher ist kaputt. Ja, super. Ich kann nichts mehr entröschen. Ja. 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 Ich bin nettopp. Ja. 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 Ich bin nettopp. Ja. Ja. er war komisch wird er schon auf der einen Seite wollte er nicht dröschen, jetzt fahre ich die andere Seite und dröscht erweiter alles klar unlogisch ich spanne jetzt mal Melvin Stream rein ich möchte mich jetzt mit dem 2. Account anmelden und dann bei Melvin im Stream reingucken das wäre so fies alter erhält ihn nur ein Zuschauer ich hab zwei also er hat nur ich hab ein ich habe ich habe das es geht der Heistreiber wieder weggehen Blattdien ich habe der Zahn geht raus ich war nicht im Szenen das Ziel von Akkadien ja ich kann es mir nicht drüber es ist ein stream voll spammt mit meinen Namen Alter halt ich hab mal ne Frage was für ein Headset hast du noch der Standard Headset was drin war so ein Gehörer ist halt was für eins ach äh von Joyetech ah ok ahja ich sag dir mal eins ich hab nur Logitech gemäts nimmer fast Logitech äh 430 äh Logitech G430 Headset Logitech G9 20 Lenkrad Logitech er sei Kontrolle und er nun mit dem Haus nun Logitech Tastatur eigentlich das alles und die Logitech 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 auch anstehende aber ich weiß nicht man ich hab Angst dass der Rapser nicht reingeht muss was ich jetzt machen will und bitte 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 ich war 50 Liter Alter ich hab Angst dass der scheiß Rapser nicht reingeht ich hab Schuss dass es da nicht reingeht und und oh ne ich hab keine Arschkarte gezogen es hat reingepasst schnell den Schneidwerksanhänger aus dem Feld holen in die Kürze liegt die Würze in die Kürze in die Kürze in die Kürze das ganz ja jetzt lohnt sich es wenig zum Hafen zu fahren äh ne jetzt lohnt sich es wenigstens zum Hafen zu fahren alter ok weil ich so einen kleinen Hänger hatte jetzt lohnt sich es wenigstens Aber die PS4 hast du schon länger? Jo. Guck mal, was auf Insta so los ist. Digga, ich hab Schuss, wenn die jetzt wieder anruft, Alter. So wie den Tag. Weil ich auch grad mitten im Livestream ruf, kommt auf einmal der A-Team. Also mein Klingelton. So, ich seh nur Emily. Hab ich mir so gedacht, alles klar. Was wird die jetzt? Ich hab halt dann gesagt, so, wo ich rangegangen bin, du bist jetzt im Livestream. Sie so. Hab ich gesagt, das ist egal. Ich so, was ist denn? Nichts, ich wollte einfach nur anrufen. Da hab ich mir so gedacht, hat die Langeweile oder hat die keine Langeweile? App aktualisiert. App aktualisieren. So, App aktualisieren. Was ist mit meinem Insta los? Vor einer Stunde. Vor einer Stunde, was war vor einer Stunde? Vor 8 Uhr. Was war da, was war da, was war da, was war da, was war da? Hey, ich werde grad in der Verlangen vor, Hä, Insta drinnen. Hä? Was war da, was war da? Bei mir. ich war da, oh, ich hab da das schon mal gesagt. Ich hab da jetzt mal was. Tschüss. Bis, wie? Das war das schon mal. Und wenn ich so, was basically so gut geht, Das ist das gar nicht. Was war das schon mal. Ich hab das so, war das gemacht, was ich war da. Und wenn ich lange kann, was auch, versucht, das war das, was sie sauberandert, was war das sehr, das war das. die Lille die Lille die Geltensätze in die Einstellung Manchester Hausmann ein Schönen Prozent Maus es geht um Prozent Tapp immer jetzt kann ich damit wenn er nie übergehen es passiert ist dazu ab ich fahre mit meinen Schäden die Menschen die Fähre mit mir nicht also Leute spiel wieder da Melvin ich hab dir Foto geschickt ja ich hab's gelinn kann gut sein äh da war ich weiß gar nicht was wir da aufgenommen haben da hat sie auch angerufen und hat jetzt also habe ich doch gefragt was ist hat sie gesagt nichts ich wollte einfach nur an ich hab's ab beim Hafen alter 13.600 gekriegt komm mal kurz die Ruf an Melvin ich muss hier mal meine Kombi zeigen ich riecht an ich fahre mit den gibt glaube ich nicht mehr ich höre die nicht mehr sie soll mal so ein Lichtadd-on reinbringen alter sie soll mal so ein Lichtadd-on reinbringen wenn es Lenkrad wieder gerade ist dass der Blinker ausgibt alter das sagt ab die ganze Zeit wieder aus an den aus wenn die dann ist weg Warum muss man die WLAN-Karte kriegen? Warum war man die WLAN-Karte? Warum war man die WLAN-Karte? WLAN-Karte ist in der WLAN-Karte, an der sich in die WLAN-Karte aufgericht. WLAN-Karte an den WLAN-Karte sind im Zweck. WLAN-Karte ist wie die WLAN-Karte, die es freiwillig ist, wenn man sie zur Zeit der WLAN-Karte ist. WLAN-Karte ist eine WLAN-Karte. jetzt 10 hat sie auch gleich zwei Träger gekauft weißt du wie dein Hof immer noch heißt? steigt mal aus steigt mal aus denn siehst du wie dein Hof ist ja jetzt ist er der Hof gerade hinter dem mach dich ist ja ich bin dumm das bitch kann man kann man aber das sind wirklich zu viele Mods für mich da hallo wie viel da ich schaue mal die Mods durch da weißt du es ja ich kann das nicht Mann wo sind deine Hangehäuser nehmen die mit ich habe 3.0 ich habe 3.0 die Welt ist mein ich muss mein Träger dahin fahren erstmal muss ich das Feld verkaufen und das Feld kaufen das gibt bringt schön ertrag er sagt nicht dass zu wenig Geld habe ich bin jetzt schon gekauft so jetzt wird der Tröscher da jetzt erstmal hingefallen ich habe immer noch Raps nein mein Träger ist verpackt ich habe hier Raps drümmel ja oder wird es nur so angezeigt werden wir gleich sehen wie ich Raps drümmel weißt du welche Zeit ich mir gekauft habe? ja ich will gleich sehen auch als ob du das halt gekauft hast Wolltest du dir das kaufen? nee das ist halt lassen was ist denn Melvin? ich würde schon nur dröschen ja und dann nachher wieder abverkaufen jo warum nicht? oder nicht erlaubt wer wird wir sind das muss man nicht dann mache ich die ganze Zeit machst du was machst du was machst du nix du musst was t t t er leidt sich Geld alter t t wie viel Geld hast du hier gerade geliehen wenn ich mal fragen darf ich weiß noch nicht mal was da drauf ist alter aber ich auch nicht ne auf mein Feld meinte ich jetzt ich hab weiter ich weiß nicht was ich drauf habe ich weiß nicht was ich drauf habe t t h 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 Str r h h h H h h h Але Danke. Ja, das ist ja. auch du behalt ich verkauf es jetzt das ist doch nicht schätze mit deutscherskott annehmen verkauf ich wieder wieso ist es schlimm So, Dröscher ist aus. Behalte das Falsch jetzt. Es ist ja nur ein Spiel. Ach man, Junge. Das sagt auch ab, ne? Ja, ich fack auch gerade von dir ab, dass du einfach am Spielschritt gegangen bist. Ich rieche die ganze Zeit mit dir, Alter. Ja, komm. Ich rieche die ganze Zeit. Okay, ich rieche die ganze Zeit. Ach komm, wollte das halt. Komm, die ist halt. Ernten doch. Du kriegst da richtig viel Geld davon. Ich rieche den Scheußtrecken. Wieso? Ich kaufe jetzt ein Gruber und Sieg, ein Gruber. So, eine Seemaschine plus Gruber. Also nur Gruber und Setzern hier Helfern lass es Gruber. Wieso? Mir auch egal. Das ich das halt nicht bekommen. Waa? Warten. Haben wir noch weg? Haben wir noch weg? Ah, er ist ruhig dumm. Wenn ihr den Kanal abonniert, dann ... Das war's. Das war's. Das ist ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 und das ging die gleiche nicht ab in drei Achse in zwei Achse ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 äh, Freunde? Freunden? Nein, äh, von... Nicht von sich, sondern fremde Leute. Also jetzt, wie ich, bin ja auch fremd für ihn. Ja. Die auch... Es gibt auch noch andere Leute, die Pizza essen gehen, an den Tagen. Ja, ich meine aber so lange braucht man nicht... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wo ist du hin, wenn ich mal fange? Ach da hinten zu euch. Was ist das? Wo sind wir? Also. Ich bin jetzt mal vor mir. Schon mal trucs noch wenden. Drei mal hast du mich. Drei mal aus. Aber das war es, wie viel ich mich verwirr an, ist. Oh nein. Ich bin vor mir. Hast du dich? Ich bin die Mesmerung und die Ausstattung. Wohne mich nicht so. Ich bin die Saugung. Ich bin ein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn ihr mit schwimmen wollt, schreibt euren RPSN-Namen rein oder ich schreib meinen rein, ist mir egal wie ihr es macht. Was war von einer ist, ist da von Dominik, Alter. Der macht dich gut fürs Vorgewende, Melvin. Hm? Der macht dich gut fürs Vorgewende, Meiner. Hallo. Von uns hallo. Ja, Melvin. Hallo, LX, LX. Hallo, LX, LX. Weißt du, wer sich vorhin in der Partie getraut hat? Ne. Pascal. Pascal. Farm MC. 107. Und? Wat und? Was? Hab ich schon gesagt. Was drohst du bei ihm, Manga? Nein. Okay. Der Streamer hat aber Manga-Tür gewonnen, oder? Mhm. Das Geist Ding sieht aus. doch immer. Ja... Wirklich. Ja... Ja... Wirklich. Ja... Ja... Wie lange wollen wir noch mal? Ja. Ja. Ich war nicht lange nach mir eigentlich schon. Keine Ahnung. Ich hab kein Kuchen. Eine, eine Stunde, eine Minute, glaube ich. 15. Ich hab ja schon mal mehr angekommen. Ich hab schon. Ach, hier ist der Controller. Ficken. Ja. 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 Aber bei mehreren fließt nur immer Geld, weil ich den anderen fahre. Soll ich den anderen fahre, wenn ich den anderen fahre. Was denkst du denn, ich bin fachig? Hast du Helfer A? Wieso? Ja, Helfer A hat 80% voll gekonnt. Ich komm los, komm das hier. Ich komm los, komm los, komm los, komm los. Ich komm los, komm los, komm los, komm los. Ich komm los, komm los, komm los. Helfer A hat auch 80% verkont. Ich kann's dir nur sagen, Helfer hat einen vollen Kontakt, Deiner hat Helfer-Dingspunkt auch schon. Ich kann's dir nur sagen, Helfer-Dingspunkt auch schon. Ich kann's dir nur sagen, Helfer-Dingspunkt. Ich kann's dir nur sagen, Helfer-Dingspunkt auch schon. 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 seit wir von klein an der kauft sich die Tat weiter wird gesagt werden wir von kleineren ich hab seit wir von klein an und das nicht gut auch traurig okay Untertitelung des ZDF, 2020 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 die Zuschauer hast du Nö ach haus euch ich hab einen mehr Schreib mal bitte im Live-Vertrein Sand oder äh äh schon dir Insta-Name könnte ich auch gleich mal reinschreiben so mein MF ist voll Alter wenn der Case voll ist Alter ist der Hänger halb voll wenn der Case voll ist von mir ist der Hänger halb voll wenn ich ihn abgeladen hätte ich werde mit seinem Namen nicht aus dem Kopf auch wenn sie aussehen an Gott mit ihrem Kloster Guck mal ob mein Case voll ist ich weiß nicht mal wo der steht der Case der ist da vorne grad HLVJ ist meine oder ja ja der h h ob ich mir eine Kamera holen werde vielleicht weiß ich noch nicht da komm wird voll Case oh es ist eklig Alter gut muss er was ist morgen Sonntag oder scheiße und es kann sehen was ich mache alter bisher auszudenken hat in der Mocke wenn man mit spielen muss man den PS4 an das Spiel und die Mats die wir haben hat das ist um ein Zeitalter nächster Fahr jetzt ist er wird voll t können eine halbe Stunde dauern bis der Träscher leer ist das ist ein gut, wenn man ein R-Stack das ist ein R-Stack das ist ein R-Stack das ist ein R-Stack und in Trischenswert zu beobachten wenn man mit Hänger fährst und aber tritt sie mit Banker und umleicht von wenig mit Warnlinge und umrecht dort haben als sie sich in den Städten